Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Flucht 2, zusammen mit German Let's Play. Hallihallo. Leute, abonniert beide Kanäle, um zukünftig keine neuen Folgen von Minecraft Flucht 2 mehr zu verpassen. Aktiviert die Geilo-Glocke. Leute, in der letzten Folge haben wir unsere Insel komplett umgebaut. Der magische One-Block hat ein ganz neues Zuhause gefunden. Und laut German Let's Play kann hier nichts runterfallen. Und also, wir kommen nicht an die Items. Ja, ja, die können auch nicht runterfallen. Ach nein, was? Ja, verstehe ich auch nicht. Doch, ich habe sie bekommen. Hast du? Ja, bis ist dein Inventar voll. Nein, 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 ich bekomme leer. Warte, ja, probier, zeig, wie du sie bekommst. Ja, warte, ich komme. Ich habe sie eben bekommen. Ja, weil ich sie aufgeschlagen habe, bestimmt. Ja, aber das ist ja kein Problem. Wir können dann ja immer, man kann ja immer aufschlagen. Oh, oh, warte. Ja, ich denke mir mal eine Lösung dafür aus. Leute, unsere Aufgabe am heutigen Tag ist es, einerseits den One-Block in die nächste Phase zu bringen. Abgesehen davon, guckt euch das an, Leute. Es ist einfach ein Träumchen. Hier, alles schön lockerflogig. Da esse ich. Ah, ich kann keine Pilzsuppe essen. Hier, okay, ja klar. Hier kann man immer noch runterfallen. Aber es ist alles einfach so ein bisschen offener. Ah, man kann endlich richtig schön durchatmen. Auch da unten werden wir zukünftig, ja gut, wir mussten teilweise die Schweine und so weiter freilassen. Weil ich brauche eine Karotte. Oh, oh, Musik. Was? Schaltplatte. Und ein Buch. Buch und Filme. Ach so, ja gut. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir bald... Oh Gott. Monster Party. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, 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 oh. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Ja, sie kommen nicht raus. Ich bin ein Genie. Ja, vorsichtig, alter Schwede. Mir geht aber einiges. Ich habe ein bisschen schaden bekommen. Ja, da sind auch Tausende drin. Was ist denn da los? Aua. Ich schadze schnell. Ah, das ist wirklich... Einer ist frei. Ich weiß nicht wie. Wie, du hast gesagt, das funktioniert nicht. Hilfe, der ist hinter dir. Oh Gott, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Schlag ihn, schlag ihn. Oh Gott, 300 Perzen, 300 Perzen. Ich bin kurz zurück. Er hat mich... Ich habe ihn, ich habe ihn. Ja, ja, die kommen da raus. Wie, warum? Du meintest, es ist sicher. Du hast gesagt, alles ist schön. Ja, dachte ich auch. Ist es doch... Warte, ich renne an denen vorbei. Ich muss... Ich brauche eine... Oh Gott, das wieder. Einer ist frei, einer ist frei. Ich... Ich gehe rein, ich bringe um. Ja, er lutscht, er lutscht. Warte, ich muss hier einmal dran vorbei. Ich muss von der Pilzkuh was schlürfen. Oh Gott, oh Gott. Ja, der macht gut Schaden. Ja, ich sag doch. Warte, komm, 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 noch falls hier hoch. Er fliegt, er ist unten, okay. Okay, sehr gut. Oh mein Gott, ich brauche auch Essen. Ja, 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 genau. Ich habe so viel Schaden bekommen. Sag, ich brauche... Ich muss mir mal viel mehr Schalen machen. Das wird auch jeder zweite Zuschauer schon gesagt haben, warum ich mir nicht mehr Schalen mache. Aber so, ich gehe ran jetzt. Mach das. Zack. Nächster Down. Ah, er ist dann falsch angestorben. Der da unten. Aua. Bam. Nächsten weggeklatscht. Oh. Pass auf dich auf, Junge. Oh, ja, ja, ja. Ich schlürfe. Das war mit Abstand einer der schlimmsten. Ja, ja. Der macht immer ordentlich Schaden. Vorsicht. Der schlimmsten Monsterattacken, die wir jemals hatten. Ich regere... Ah, nice. Okay, was gibt es hier an Items? Ja, komm, mach auf. Mach auf. Oh, ich habe Abbausschwäche. Ach so, ja, wahrscheinlich. Ich doch auch. Ja, super. Oh, du hast hier... Was ist da drin? Oh mein Gott. Was denn? Zeig mal. Ich habe den Dreizack. Ernsthaft? Ja. Nice, Alter. Neun Angriffsschaden. Ich weiß nicht, ob der so krass ist, aber das Tolle ist, wir haben jetzt... Also... Ähm... Was denn? Hm. Hm. Ja, Abba... Das dauert ein bisschen, ne? Ach, Mann. Junge, wir können jetzt nichts machen. Wie lange hält das denn? Ja, vier Minuten. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Aber warte, ich kann zumindest ein, zwei Sachen können wir da mal machen. Unten das Weizen komplett abbauen. Weil das hier müsste das, was richtig golden ist, das ist alles komplett fertig. Der hat die Dicke kaputt gemacht. Junge, ich auch. Ah, der hätte die aufplatzen lassen, oder was? Ja, ja. Okay, warte mal. Dann werde ich hier vorne, kann ich auch schon mal hingehen. Warum sind die rausgekommen? Hier auch schon mal Weizen machen. Wie viel Weizen? Oh, 14 Stück. Ja, nice. Nix klauen, Edgar, hier. Ich weiß, du magst auch immer sowas. Ey, wir bräuchten unbedingt noch ein Rind, ne? Was haben wir denn? Haben wir eins getötet? Ja, eins ist, genau, ein einziges Rind ist doch aufgeplatzt. Wie kann ich Pilzkühe paaren? Äh, genauso wie normale. Echt? Ja. Hast du? Ich hab... Ja. Ja! Jo, da ist sie. Aber wir können generell mal Fortschritte anzeigen. Ey, ja, das hat sich ja auch komplett verändert. Benutze ein Lagerfeuer, um Honig aus einem Bienenstock mit einer Flasche zu sammeln. Oh. Ey, diese Abbauschwäche, können wir nicht pennen gehen? Ja, wir können, aber das bringt nichts. Wir können aber kurz schlafen und die zwei Minuten abwarten. Boah, das ist aber ein schönes... Danke. Wir haben keine Decke. Ja, brauchen wir nicht. Ist doch warm genug. Und was ist, wenn es regnet? Ja, dann freue ich mich. Ja, toll. Guten Morgen, liebe Tiere. Ey, wir brauchen unbedingt ein Rind, ne? Und Karotten. Ja, okay, wir können aber auch die Pilzkühe dafür benutzen. Für Leder und so, oder nicht? Na, Pilzkühe gibt doch kein Leder. Sicher? Ich glaube schon. Ne, wir können es ja mit einem mal testen. Nachher, du. Ich nicht. Ich mache sowas nicht. Okay, ich mache das sehr gerne. Abbauschwäche jetzt weg? Ne. Eine Minute, 37 Sekunden später. Sie ist weg, Menü! Ach, oh. So, kommt mal her, hier. Oh, wir hätten auch einfach Milch trinken können, oder nicht? Ja, haben wir Milch? Ah, wir haben Eimer und, und... Oh, ja, stimmt. Das ist richtig. Ups. Upsi. Naja, was müssen wir machen? Oh Gott. Shiggy! Ja, bleib kurz da noch. Wir holen dich gleich Shiggy. Wie, noch einen? Och, nö. Wieso denn? Och, nö. Was hast du denn gegen Shiggy? Also, pass auf. Eine Sache könnte jetzt passieren. Sie könnten alle irgendwie runterflutschen und wir haben den Salat. Dann sind alle Monster bei uns. Aber ich glaube nicht. Shiggy ist ja der Beweis. Ich vertraue dir da, Menü. Oh. Danke. Äh, ich habe keine... Doch, da ist eine Schaufel. Nein, jetzt, das gehört mir. Nee, ich baue jetzt ab. Nein, oh Gott. Noch mehr Shiggy? Ja. Ich mach's. Ich mach's. Du hast doch so viel mehr Blöcke schon abgebaut. Ich weine gleich. Nein, hab ich nicht. Doch, guck mal. Ja, dann mach doch. Dann mach. Schneller. Okay. Machen wir das, ey, Manuel. Ich hab mir Stein. Oh, mach mal. Ach, dafür bin ich wieder gut genug. Oh, was ist da? Oh, nein. Oh, nein, das ist wieder einer mit... Oh, ein Dreizeit-Typ. Ja, toll. Jetzt ist... Ja, der Dach... Ja, machen wir einfach weiter, weil es so kommt. Mach einfach weiter, Alter. Oh, die Kiste. Ach, Schmutz. Nautilo, scheiße. Ich hab zu viel Crap. Ja, ja. Ich mach weiter. Jetzt... Time to shine, Paletto. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt sind sie... Jetzt ist alles exploded. Aber jetzt können wir ihn da oben schlagen. Sind die... Oh. Die haben sich rausge... Rausgequetscht. Ich weiß nicht, warum. Aber sie haben... Ja, weil die Kiste tiefer ist als der Rest. Ah, ja, stimmt. Und weil die auch so ein bisschen... Bisschen dünner sind. Mann, ich kann diese Art von Blöcken einfach nicht mehr sehen. Ich will auch weg. Oh, nee. Ach, ja, komm. Egal. Ich hör schon. Ist okay. Ja, ich weiß. Der Manuel, der ist ein komischer Typ. Ja, ich sag das auch immer. Aber ich hab ja niemand anders. Äh... Ja, ich weiß. Er ist manchmal ein bisschen komisch. Aber dafür... Deswegen mag ich ihn so gern. Ich bin guter Junge. Ja, er ist... Oh. Sag mal. Oh, er ist oben frei. Ich muss oben noch höher bauen. Sag mal. Da ist einer frei. Was denn? Nein, nein. Er will schon wieder an mir lutschen. Er will... Ja, ja, er lutscht. Schwack ihn, schwack ihn, schwack ihn. Ich krieg richtig Damage. Ja, ja. Sehr gut. Oh Gott. Vier Herzen. Ja, nein. Ich hole mal eben Essen. Ja, ja. Ich lutsche auch einmal was. Ich bin auch schon wieder komplett voll. Oh. Eine Truhe. Eine Kartoffel. Ja, sehr geil. Und ein Leder. Und sonst nur Schmutz. Müll. Ja, aber Kartoffel ist ja mega nice. Das ist echt cool, ja. Oh ja, die werde ich direkt anbauen. In unserem königlichen Garten. Klingt edel. Ja, ist leider nicht ganz so edel. Aber bei uns ist es immer gut. Oh nein, Schiggy. Schiggy, ich befreie dich. Nein, Schiggy. Schiggy, halt, halt durch. Liegt doch alles gut, ne? Ja, Schiggy geht sehr gut. Ach, Schiggy. Ja, aber dafür kommt ich nichts, Schiggy. Ich habe das Gefühl, da oben liegt noch ganz viel Dreck drauf. Ah, jetzt habe ich dann, glaube ich, das meiste eingesammelt. Was für Dreck? Ja, da war so ganz viele Items. Wollen wir den nicht mal umbringen da oben? Irgendwie regt der mich ein bisschen auf. Lass ihn doch. Sag mal, warum willst du denn immer dieses... Ah! Oh Gott, habe ich Schaden bekommen. Ernsthaft? Ich habe fünf Herzen. Och, Edgar, rette mich. Ah, das... Schon wieder. Ich hasse das Biom. Ich muss auch sagen, also, ich liebe Minecraft. Aber so unter... Selbst durch die neuen Updates finde ich die Unterwasserwelt einfach nicht geil. Oh, Tittenbeutel und nochmal zwei Horn-View-Schilde. Was an sich ganz gut ist. Die machen so viel Damage. Ja, du schaffst das, Manuel. Oh, Spitzackel kaputt. Hast du noch eine frische Spitzhacke? Es ist frei. Warum ist der denn immer frei? Weil wir kein Dach haben. Ja, aber warum denn nicht? Okay, ich bin schon wieder fast down, weil es weggesprengt wurde bei der Monster Party. Ja, stimmt. Die freaking Monster Party. Ist auch einfach ein geiler Name. Grüße gehen raus an den Entwickler. Oh, stimmt. Kennst du noch die Poop Party? Kennst du von Minecraft Freedom? Poop Party. Poop Party. Poop Party. Oh, stimmt. Bisschen Nasche wieder. Oh Gott, ja, großer Wächter. Ey, komm. Oh nein, nein, du schlägst dir manchmal. Ja, warte, ich muss oben was drauf machen. Warte mal. Oh, ja, das sieht... Das ist gar nicht gut. Komm rein, komm rein. Nee, nee, er ist nicht frei. Alles gut. Komm rein. Ich habe mich nur breit provisorisch versteckt. Knockback. Oh, ja. Oh, ich habe den. Oh, jetzt hast du... Oh nein, der ist frei. Was machst du denn da immer? Aua. Rinum. Rinum. Ich muss was essen. Ich muss... Halt das. Lauf. Lauf. Ich greife ihn an. Ich gehe rein ins Haus. Rein ins Haus. Ja, mir geht's gut. Alles gut. Geh nur nicht rein, wenn du wenig lehmachst. Ja, ja. Ich habe alles gut. Wann greifen wir wieder an? Sobald ich lebe. Schwuffi, du musst in den Krieg ziehen. Los, Schwuffi. Ich weiß nicht, ob das geht. Paledo. Ja, ist down. Ja, der letzte Schlag. Wie immer, Paledo. Paledo rettet den Tag. Ah, Abbau-Lehmung. Mängel. Hol einen Eimer und Milch. Ich habe mal. Tschüss. Ja, dann hol Milch. Mal gucken, ob das klappt. Mach ich. Oh ja, klappt. Hast recht. Pust dich. Ah ja, da bist du ja. Hier. Schluck mal. Ja? Pust. Ach. Ach schon. Mann, Alter, was ist denn hier immer los? Das Biom hasst du uns. Also, das Biom auf jeden Fall. Junge, wie viele Blöcke habe ich denn? Boah, ich habe über 1000 Blöcke. Alter, ja, jetzt bist du. Ich habe 800. Ich habe 1400. Alter, jetzt geht aber. Jetzt ist es aber richtig viel Iron. Alter, das sind aber. Oh, das sind ja. Oh. Oh, Lachseimer. Kugelfischeimer. Das ist geil. Vor allen Dingen kostenlose Eimer einfach. Warte, das bedeutet doch auch Wasser. Ja klar, das ist Wasser gleichzeitig, oder nicht? Ja, vorsichtig. Dann aber müssen wir aufpassen mit. Ja, ich mache mal eine unendliche Wasserquelle. Ich baue das mal ab. Mach das. Aufwertung. 50 Sekunden. Ein neues Zeitalter wird beginnen. Wir werden in eine neue Ära aufsteigen. Jungs, Edgar, bist du schon ganz aufgeregt? Also, ich muss sagen, wir müssen immer noch mal das Texture Pack ändern. Ja, ja. Die sehen auch gar nicht so traurig aus. Die waren mal alle süß. Weil ich meine, das ist ja an sich Specs. Oh, Aufwertung 20 Sekunden. Edgar, wir kriegen das schon hin, ne? Keine Sorge. Du kriegst auch von mir noch einen Namenscheat. Ich glaube, dafür brauche ich nur Leder und einen Faden. Irgendwie so war das. Ich kann mich immer noch nicht dran erinnern. Oh, acht, sieben, sechs, fünf, vier, vier, drei, zwei, eins. Prost, Neues! Oh, Dschungel-Dungeon versteckt von alten Bäumen und Reben liegt ein Dungeon. Ja, wow! Und was ist da? Ja, mach, mach. Ja, Stein. Stein, Stein, Stein. Ja, das ist doch eine Stein-Farm. Ist doch mega. Ja, aber, also, ich... Was steht das alles nicht? Oh, oh, ja. Oh, Dia. Diamant. Ich mach. Oh. Oh, ja. Redstone. Alter, damit kann ich die Redstone-Schaltung. Hier, die baue ich. Da brauchst du gar nicht lachen. Also, Redstone brauchen wir zu nix, oder? Wir sind viel zu doof für Redstone. Liebe Zuschauer, schreibt doch mal in die Kommentare. Seid ihr Redstone-Experten? Also, ich bin oftmals viel zu doof für Redstone. Oh, mach mal, Alter. Ja. Ja, aber wir haben immer noch kein Papier. Oh, was war das? Ein Vogel. Vogel. Die fliegen weg. Ah, Kappageien. Hallo. Was macht man mit denen? Essen? Ja, mach mal. Das sind drei. Hey, drei, die einfach so rumfliegen. Fang sie, Benjöl. Fang sie. Kann man die denn irgendwie einsperren und essen? Die fliegen jetzt, glaube ich, einfach nur so ein bisschen hier rum. Ja. Ich weiß auf jeden Fall schon, dass einer... Landet da oben. ...einer wird einfach richtig verkacken und gefressen werden. Da bin ich mir einfach hundertprozentig sicher. Also, da kannst du mir erzählen, was du willst. Okay, Leute. Das war's mit der heutigen Folge. Hier sind jetzt noch Videos verlinkt. Genauso wie der Team-Valuten-Kanal. Und, Leute, abonniert beide Kanäle, um zukünftig keine neuen Videos mehr zu verpassen. Aktiviert die Geilo-Glocke. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Da ist auch der Paluten-Shop verlinkt. Zusammen mit Mini-Paluten und vielen mehr. Danke fürs Zusehen, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.